mit den drei und so ist es und so bleibt das ich bin heute mein job venedig hier als map ich fand die map ja ich richtig geil und leute stopp das ist nicht ein bisschen unfair wenn man dem am anfang hier ist eine also ich als experte ich als wolf ist seit über 20 jahren muss ich schon sagen das war eine lüge als psychologiestudentin was mein top sind genau wenn er sagt er ist kein wolf ich habe ich habe neun rubies die werbliche form von jodeline 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 ja meine jodeline exotischen namens euch mal mitbekommen gefunden eine hiesigen wie ich weiß nicht florentine aber irgendwas anderes mit floh florenz ja die namen gibt es hatte hier in der schweiz leute aber es gibt ein schuss ja ich bin ich bin ja auch jetzt ob sie wollen wir haben kein was sagen wollte wir leute mit ihr irgendein übelst und natürlich als ich wissen und natürlich aber so einen seltenen einen seltenen namen habt ihr schon für die kommentare aber ich würde es interessieren ich habe wieder schlagstoff also er schlägt die nur so oder wie ja 2020 mag ich habe weil ich kann mir eigentlich kaufen das ist immer das erste was ich kaufe ich bin ich bin vergiftet ich habe ich habe im drang des lebens ich habe im drang des lebens grüßt und grüßt und städte dran oder rock rock da bist du bist du dings ich auch aragon macht also nimmt weniger der menschen oh mein gott ich habe leute ich wäre einfach ich wäre aber gerade fast gestorben ich bin ich war vergiftet nach bin ich rote flogen habe ich ein halbes herz gehabt ich brauche drei robin habe ich habe 9 probine ich bin egal dass meine mitte treffen das doch einfach gehen ronja wieder das oder würdest du da will wir sieben holzschwerter aber ich glaube mittlerweile ja ich habe also gekauft ich habe auch so gekauft das passiert aber gar nichts okay wollte ich gerade wirklich kauft und kann man im kopf und ich habe geworfen und es standig zum chat weil du gerade mit dem schwert mich zu gerannt bist egal wer zuerst schiebt er wird wieder beliebt von mir was kann ich mir jetzt sonst noch so es ist ronja beronja ging das licht an beronja ging das licht an leute was denn los ist ich habe keinen einzigen sehen die runde du musst besser schauspiel hat nur eine ich habe 80 prozent chance dass es richtig ist aber anlage weiter geht ja ich lasse es das war eine die runde wie bist du als die logische denn sagen wo die runde du hast doch gerade du bist du bist du deine performance als souverän bezeichnen du hast einfach gerade mit chest was übersehen wo die komplette ähsel ist drüber du bist was ich sagen muss ich bin tippen tubsraum jetzt kommt irgendwas jetzt muss ich aufpassen ich glaube ich habe zu wenig sagte ich habe gesagt es gibt mich ok ok ronne ist wirklich flob ronne schaut es ist flotus bist schulig gewesen ich bin nicht es ist einfach floh du hast die menschen noch genommen ich habe nur steinschwert gerade ich habe selber noch sachen ich habe noch ein geschenk aber noch ein bisschen links ja also 100% floh 10 rubies ich baue noch 2 rubies ok aber ich glaube es ist ja aber ja aber ja aber nicht gestorben ist gestorben ich habe sie nicht mal gesehen ich bin es ist es ist floh es ist nicht es ist glaube du bist gestorben ich bin es nicht ja weil es 300 die kuh taktik ist hier haben wir hier habe ich also vor die gold was steht eigentlich heute auf der speisekarte interessiert da gibt es heute einen top oder eine ronja als wolfhine kein feuerlöscher sondern ein feuer ich habe mittlerweile habe ich schon fünf lederhosen ich habe fünf lederhosen übrigens wir müssen probieren wirklich jetzt mal wir müssen es mal probieren auf den turm oben drauf zu kommen aber ich war wollte es probieren aber ich bin ich nehme es natürlich hin ich habe sieben ruby ok ich brauche ich brauche bine und ich gebe gold bine ok jetzt kommt ok top legt ja in der stimme manchmal ein bisschen heute raus gehört ein bisschen und ich weiß auch warum top slag wenn man wollte es geht bei den wolfshop zusätzlich angezeigt und das verbraucht internet band breite und deswegen muss top ich gebe dir gleich 45 emeralds ich kann nämlich keine endepilme kaufen alles was geht kann ich machen aber warum kann ich jetzt nicht so lange ich glaube ich glaube ich nur maximal dinge ein bisschen ruhig geworden heute in der folge ein bisschen von der leute ich kenne dich tubs kommt mir alle das ist irgendwie nein was du bist nicht und du bist der ist aufgefallen ich bin zu oben nein er ist praktisch tot leute ich glaube im kleines problem sind beide du hast irgendwie hier runter zu kommen bist du noch oben ich habe nichts schlimmes gemacht ich bin hier nur ganz oben hast du denn deine emerald wo seid ihr ich habe gar nichts ich habe einen iron gold pad es ist glaube ich schon gut dass du dir das nicht kauft hallo julian kannst du jetzt seitlich runterspringen nachher bist du da tubs ok ich war's nicht ich war's nicht ich war's nicht hast du hast du gold jürgen hast du gold ja ich hab gold wie viel gold hast du äh 31 ey wo seid ihr lass mal bitte zusammenkommen nein ok ok es ist julian es ist julian hä ich hab halt es ist halt 50 prozent chance dass ich der überlebt ich kann mal randomizer machen ich hab ein argonhelm ok julian ja ich hab überlebt ich hab überlebt ich hab überlebt ich hab überlebt bist du oben am turm ich bin gerade runter gesprungen warte mal kann man sich in der pelle kaufen ja ich kann mir in der pelle kaufen tubs ich werde ich wieder beleben warte mal wer ist denn jetzt ich seh die schon nur mit 4 2 äh ich find's nicht ja wo bist du denn hin äh lol bist du augenrüstung ja julian du bist sowas wie ein wolf hier ne das war das ist nur ich hab nur ein helmet helmet ne helm hey wieso hast du nur ein helm äh randomizer hab ich bekommen achso lol ok oh meh ein randomizer oh oh ich bin gerade oben am turm oh oh ich hab keine emerald emeraldine äh emeraldine alter bloben sie mich wieviel 1 2 3 wenn wir 4 wollen sind 8 kisten sind hier wie bist du da hochkommen ich bin noch kein einziges mal hochkommen tja iron du bist kein assassin von assassin's creed so zack auf geht's oh mega wie viele sind da rubies oh hä 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 was hä hä wie seid ihr denn gestorben ich bin irgendwie hä wie seid ihr denn gestorben mit ich bin schon eine hälfte lebt aber ich bin schon eine hälfte lebt auch an ja nicht wer auch immer wer auch immer von euch wolf ist schreibt mir mit slash tell ich kann euch was richtig geiles zeigen ok und ich werde auch nicht verraten dass ihr wolf seid hunde potenziell ok ich schwöre auf meinen youtube kanal schreibt mir slash tell wenn ihr wolf seid aha sollt ihr bleiben stehen oder ich werde die kiste gelootet hat der julian schreibt mir top stinkt aber ich bin nicht ich glaube ronja ist vorhin angegriffen ja ich bin im gefängnis hä ne warte mal ich glaube ronja ich glaube aber auch dass es ronja ist ja ne oh oh ronja war ne lange zeit nicht das habe ich auch gesagt wo ich wolf wurde und dann hat mir jeder geklappt also ronja versucht umkehrtaktik psychologie ja die psychologie die will unsere gehirne waschen hä ja ich dachte hier kann man nur putzen hä was äh hä putzen die putzen die putzen ey wo seid ihr denn ich bin hier bei dem markt die ist einfach unsere die ist auch julian sein kopf wo bist du denn da ist ronja topz äh und äh dings hier bist du schrumpel ach hier bist du schrumpel hä wer ist das das ist schrumpel hier schrumpel das ist schrumpel schrumpel also was ist hier noch uhren ich glaube ich kann die jumpenruns machen ja so ey ey julian kraft an julian kraft an ey das war der schlagschluck julian gib bitte testen getesten julian au julian testen ich kann nicht überprüfen ob julian böses ja julian ja was zur helle was ist das für ein guck mal hier rein warte mal guck mal guck mal hier mit floh da oben geht es irgendwie rein guck mal hier echt ja ja da geht es hier irgendwie rein guck mal mit hier ist julian ah ich bin runterflogen das ist ein geheimgang guck mal das habe ich schnell ich glaube ey ronny kimm ich hier drin was ist das oh meine kiss nein nein hä was ist das ja ey was macht das ich sag übrigens nach wie vor schau sich der roll warum soll ich denn immer wollen ich glaube ronny weil der ronny ist gar nicht da ja ich bin da ronny hat mich einfach so was war das was ist zepa was ist zepa was ist zepa was ist zepa hei bei mir kam nix was ist denn zepa ist topst der wolf oder ist ronny der wolf ich bin nicht der wolf ronny ronny komm mal her ronny hier den raum gib dir den raum gib dir den raum es gibt übelst viele es gibt übelst viele komm zu dem markt komm zu dem markt komm zu dem markt komm mal alle nochmal her vielleicht passiert da nur irgendwas wenn man irgendwie alle gemeinsam zum markt ich bin markt 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 sie melonen ich bin hier ich bin hier ich bin bei floh komm mal all zum markt lass mal da oben in den raum vielleicht passiert irgendwas wenn wir alle gemeinsam drin sind wie so ein easter egg oder sowas ich weiß nicht also ich weiß nicht ganz genau ich weiß also ich weiß nicht ganz genau komm alle her Leute haben mir geschrieben dass irgendwo was aufgeht unter wasser dadurch komm alle her dort wo das gefängnis ausging ist aber ich bin mir nicht ganz sicher was hätte denn jetzt topst topst komm jetzt mal her komm mal her zum markt hier wo seid ihr hier sind die alle da hier sind die alle da oh oh da unten das ist offen das ist offen das ist offen Leute wo hä wow hä 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 okay ich muss sagen das heute oben ist ein sapper den kann man so nur das Wolf aktivieren dann ist für 2 Minuten das ganze Wasser unter Strom gesetzt ok wow wuuu waaaaaw waaaaw Bis zum nächsten Mal.